Jaaa, wir kommen zurück zu der Welt! Haha, scheiße. Du musst ihn ja übertreiben hier, ne? Ich bin schon wieder auf dieser Map. Alter, das ranzt. Ja, das ranzt. Nicht das jetzt, das ranzt. Scheiße. Was ist jetzt? Boah, also bis jetzt... Läuft hier nix, ne? Ah, guck mal, da ist einer! Erster getroffen! Ben! Oh, direkt bei einem Haken! Nice! Oh, das war so schlecht! Schön! Ja! Guck mal, diese große schwarze Wolke da, ey! Gut siehst du aus! Ich hoffe mal, die war gar nicht so weit weg wie die anderen! Oh, danke! Die haben schon zwei an! Gleichzeitig! Echt krass! Warum kämpfen wir? Ja, gut! Opfern den also! Oh, das hab ich gehört! Ich zieh da aus freien Füßen! Wie erotisch! Was auf sowas steht! Das Rohrhaugen! Das ist sexy ass shit! Kann man auf meine Schulter, meine Liebe! Kann man uns mal umsehen? Ah, guck mal hier! Da wird dein Typie, dein Kumpel voll hin! Die andere dann wieder mitnehmen! Na, jetzt kann ich hier zwei auslegen! Wie ist das denn? Leute! Im Ernst! Jetzt muss ich eben eine einsammeln! Das ist mir sonst zu gefährlich! Springt die da einfach neben mir ab, ey! Ich glaub, es hackt! Da bin ich in meine eigene Falle gelaufen! Toll! Wegen dir, du blöde Kumpel! Ich hab mir jetzt nur noch zwei, ey! Das kann doch sein! Hm! Oh, das ist total sexy, ne? Alter, was ist denn hier los? Die sind richtig gut! Ich hab jetzt jemanden gesehen! Ich seh überhaupt niemanden! Bin ich zweimal im Kreis gelaufen! Um mich selbst herum! Hm! Da anscheinend irgendwo jemanden gesehen, aber ich hab niemanden gesehen! Das seh ich! Oh, da sind ja zwei! Krass, ich will den mit dem Medikit! Der ist gefährlich! Arschst du mich? Arschst mich! Oh, den hätte ich fast gekriegt! Oh, den hätte ich fast gekriegt! Mies! Was ist denn anderen kriegen? Meine Nase kitzelt! Oh! Kratzt! Let's say! Das sind solche, die springen gerne irgendwo runter, ne? Hi! Muss ich nochmal mitnehmen! Guck mal da hinten, auf deinem alten Haken! Da willst du gerne hin, ich weiß! Ich weiß, dass du da gerne hin willst! Der Haar! Das hast du mir schon gesagt! Du bist down! Ich will jetzt gerne... Mann, du bist voll im Weg! Geh mal weg da! So, der andere ist wieder unten! Dann gehst du auch nochmal mit! Du willst da nämlich auch nochmal ran, hab ich gehört! Mal hier! So, der andere ist wieder geheilt! Aber das macht ja nichts. Weil. Wenn ich den einen noch mal aufhänge, ist der eigentlich auch weg, ne? Da hat irgendwelche Geräusche gehört in dem Haus. Ich glaube, ich geh da mal reingucken. Da hat gerade jemand rausgerannt. Da haben immer die übelsten Geräusche raus aus diesem Haus, ey. Ich weiß aber jetzt nicht mehr wohin. Ich weiß, ich muss ihn noch mal treffen. Längerrand. Ich hab ihn verloren. Nein, ich hab ihn wieder verloren. Scheiße. Oh, ich hasse dieses Maisfeld. Oh, ich hasse dieses Maisfeld. Hier aufnehmen müssen. Ich war mir selbst noch nicht ganz sicher, wie ich das handeln soll. Deswegen bin ich nochmal umgedreht. So. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, ach Moment, in dem Schweinehaus oder nicht? Muss ja eigentlich dasselbe sein. Ach, du warst noch gar nicht so weit, lol. Ne, dann geh bitte nochmal was mit. Hm, Spaß da oben. Ne, hier ist ja nicht das Schweinehaus. Scheiße. Ich muss die Spuren besser lesen, versuche ich verschwinden. Das ist echt verkackt, so. Hinten ist ein Haken, gut. Gott sei Dank. Oh, der gibt schon auf. Ich hab sie alle erwischt. Schön. So ist das. Jetzt bin ich zufrieden. Die arme Kuh. Ja, nice. Ich glaub, als Killer bin ich besser. Na gut. Dann... Sag ich doch mal... Vielen Dank fürs Zusehen. H3.